Wo war denn das Video-Abspiel-Gerät? Ja. Haben wir das nicht gemacht? Ich verstehe es gar nicht. Ja. Mhm. Ja, mach. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich, mich wieder erwischen lassen. Ah, ich bin das. Wieso bin ich das jetzt? Wieso bin ich Mia? Wieso kann ich die Video-Dings immer spielen? Ich will das nicht. Hier drüben, Mami. Da war sie doch gerade. Hilfe. Da ist Mädchen. Was macht denn die da? Und wie gut kann ich den Ahnungslosen spielen? Was? Okay. Ich kann mich gar nicht dran halten. Was ist das denn? Äh. Ich habe die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich vergreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Und es weiß Dinge. Du verstehst mich einfach nicht. Oder kümmert es dich einfach noch nicht? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aufnimmst. Ich weiß, dass ihr etwas flasst. Denkst du, ich weiß nicht, was du mir diesen Ethan anstellen wirst? Warum kann ich das nicht nehmen? Nein. Ja, hallo? Ich will keine Ahnung. Ich kann nicht hierher. Ich kann nicht hierher. Bleib genau da, du kleines Miststück. Zieh zurück auf dein Zimmer sofort. Fuck. Achso. Wie, was? Oh, nee. Nee. Dieses Haus, dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht. Oder kümmert es nicht einfach nur nicht. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aufnimmst. Ich weiß, dass sie etwas flasen. Denkst du, ich weiß nicht, was du mir diesen Ethan anstellen willst? Nein, nein. Komm nicht hierher. Nein, nein. Joel? Dadurch geht das nicht. Mit den Überresten düngen. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Hörsen. Und was machst du? Und jetzt? Hilft doch alles nichts. Ach, jetzt geht's. Oh nein. Hier. 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 Na. Komm, das da gilt doch. Ich muss das F drücken. Okay, dann komme ich ja weg von ihr. Aber ich bin ja Mia, ne? Achso, das muss man nicht spielen, aber ich dachte mal, es wäre nötig. Das kann ich mich auch wirklich nicht erinnern. Achso. Mhm. Oi. Warum kommt die jetzt hierher? Oh Mann. Toll. Ich fühle mich jetzt irgendwie gesackt. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr so lange spielen. Toll. Geht zurück auf ein Zimmer. Stopp auf. Bin ich jetzt gescheitert für dich? Ach komm. Achso, das habe ich jetzt. Mist. Oh, warum da? Bleib genau da, du kleine... Bleib genau da, du kleine... Achso. Achso. Und zum Halsspiel zurückkehren. Nicht gespeichert, der Fortschritt geht verloren. Ne, komm, wir versuchen es nochmal. Er hat ja gespeichert an der Stelle. Ja, ich weiß. Und wenn ich jetzt... Äh, hier komme ich nicht schnell vorbei. Wo könnte ich mich denn jetzt noch verstecken? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Alles was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe anzunehmen! Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen! Und du! Mach's verdammt nochmal nicht auf! Denkst du mir, deine Ehe wird nicht deine scheiße Ehe und ich weiß, was du bist denn? Ich bin es leid, deine riesigsten Spielen! Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Okay, okay, okay. Ich würde das natürlich gerne abschließen, ne? Aber ich habe nur noch 5 Minuten Zeit. Ein bisschen mehr vielleicht. Haben wir auch schon tatsächlich 2 Stunden Resident Evil gespielt und das sind... danspklosal ... ... Ich möchte... ... ... ... ... ... ... Komm ich nie rein, wenn ich wüsste, wo die ist, wenn ich wüsste, was das Ziel dieses Spiels ist. Da durchgucken, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt weitergehe, dann... Oh oh. Die hat eben nicht so richtig. Dann hau doch mal ab da, das gibt's doch gar nicht. Oh fuck. Das Problem ist, ich weiß nicht, von wo ich sie weglocken soll. Das ist ja alles nichts. Da kommt sie raus, da kommt sie rein. Da kommt sie raus. Könntest du vielleicht mal herkommen? Ich weiß halt gar nicht. Die kommt ja, wenn überhaupt, dann aus dieser Tür. Das ist glaube ich auch die Tür, wo ich irgendwann rein muss, oder? Sag mal. Ich verstehe es nicht. Da kommst du jetzt vielleicht mal. Ja. Da ist sie doch. Ja. Ja. Ich bin da oft zu nerven. Hm. Ich hab keine Ahnung. Hallo. Wenn die da kleben bleibt, dann bringt das ja nix. Ist jetzt schon wieder unterwegs zu mir. Muss doch ein Bug sein, oder? Macht immer das gleiche. Ich glaub wir müssen jetzt nochmal irgendwie neu starten, weil das da ist ja furchtbar. Nein. Toll. Ich verstehe das nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ey, wie wirkt ihr auf mich verbuggt? Tja. Mag ich jetzt im Moment nicht mehr? Was? Hm? Mag ich jetzt im Moment nicht mehr? Okay. Ne, hab ich nicht, ne. Äh. Na toll. Das heißt, ich komm da gar nicht raus. Ich muss das weiterspielen. Ja. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du. Du. Alles was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe anzunehmen. Da ist nicht das richtige Geräusch. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Ne, jetzt kommt sie nicht. Wir wissen, dass wir einiges nicht sind. Und du, passt verdammt nochmal nicht auf! Denkst du dir, deine Ede wird sich deine Scheiße eh nicht gefallen lassen? Mitstück? Hä? Und wo kommt sie denn dann? Nein, du bist zu weit weg. Doch, man ist jetzt dort. Ein Problem. Ja gut, ich könnte die Gabe annehmen. Richtig. Oder auf mein Zimmer. Genau. So recht. Es ist ja schon wieder weg, ne? Oder? Okay. Hallo? Kannst du mich bitte mal sehen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht die Oma. Könntest du mich bitte mal sehen? Hallo? Hallo? Was ist das? Wenn sie jetzt hier nochmal kommt, müssen einfach ein Ding davor. Jetzt nochmal zurück, oder? Weiß es nicht. Das ist auch jetzt der letzte Versuch. Wir machen danach halt eben erst mal... Entweder sie ist jetzt da oder nicht. Das ist bescheuert. Ich will jetzt nochmal, also dieses Zwischending, was man nicht meint. So, das Spiel verlassen. Spiel verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren. Ne, das will ich nicht. Nein. Nein. Neu starten. Gibt ja nichts. Egal. Das muss es für heute gewesen sein. Es geht nächsten Dienstag weiter. Wir haben zwei Stunden. Also sage ich für alle auf YouTube erst mal ganz wichtig, dass da... Bing, bing, bong. Dann macht es auf jeden Fall gut. Und... Und... Oh, wir wissen es zum nächsten Mal. B so stüphdated... B S A P A P A P A P A P A P A P P A P A P A P A P A P A P A P A P B E P A P A P A P A P A P A P A P A P A